Über Jahrhunderte herrschte der Glaube, dass das frühe Aufwachen am Morgen eine besondere, heilige Bedeutung habe. Dieser Tradition zufolge würde jeder, der diese Praxis anwendete, von einer gesteigerten Energie profitieren, die ihm beim Erreichen seiner Ziele helfen würde. Obwohl diese Vorstellung übernatürlich erscheinen mag, enthält sie eine verborgene Wahrheit, wie es in alten Legenden üblich ist. Stellen Sie sich vor, sie erwachen aus einem ruhigen Schlaf und wachen plötzlich um drei Uhr morgens auf. Dieses Phänomen, zu dieser besonderen Zeit aufzuwachen, kann tiefere Auswirkungen haben als nur ihre Schlafroutine oder alltägliche Sorgen. Das nächtliche Aufwachen, das viele erleben, ist komplexer als eine bloße Schlafstörung. Beim Versuch, dieses Rätsel zu lösen, stellt sich heraus, dass es sich dabei nicht nur um individuelle Eigenheiten handelt. Die traditionelle chinesische Medizin bietet eine faszinierende Sichtweise, indem sie diese Momente der Wachsamkeit mit bestimmten Funktionen des Körpers in Verbindung bringt. Es gibt auch Theorien, die darauf hinweisen, dass es sich um eine göttliche Kommunikation handelt und die sich fragen, warum wir in unserer einzigen Ruhephase geweckt werden. Dieses Video enthüllt die Geheimnisse des Aufwachens in den frühen Morgenstunden. Wir werden die Ursachen untersuchen, die über das Physische und Emotionale hinausgehen und in das Spirituelle eindringen. Sie werden lernen, die verborgene Bedeutung dieser Momente zu entschlüsseln und wie dies ihren Schlaf, ihre Lebensqualität und die Synchronität mit den natürlichen Rhythmen des Universums verbessern kann. Wir werden auch emotionale und körperliche Erschöpfung besprechen, die durch Faktoren wie Arbeit, Privatleben und zwischenmenschliche Beziehungen verursacht wird. Der Umgang mit nächtlichem Stress kann eine große Herausforderung sein, da viele den Schlaf als Zufluchtsort betrachten, um Sorgen zu entfliehen und neue Kraft zu tanken. Allerdings kann es frustrierend sein, mitten in der Nacht ohne ersichtlichen Grund plötzlich aufzuwachen. Obwohl Stress und Angst häufige Faktoren sind, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch die Vorfreude auf wichtige Ereignisse am nächsten Tag dieses Erwachen auslösen kann. Darüber hinaus gibt es tiefere und energetischere Ursachen, die mit dem Universum und dem Gesetz der Anziehung verbunden sind und dieses Phänomen beeinflussen. Im Gegensatz zur Angst oder dem negativen Glauben zu diesem Zeitpunkt aufzuwachen, können diese Momente tatsächlich von Vorteil sein. Die Bedeutung des spirituellen Erwachens um 3 Uhr morgens wird in verschiedenen spirituellen Traditionen im Laufe der Geschichte anerkannt und geschätzt. Ein Grund dafür ist die Verbindung der Zahl 3 mit dem Göttlichen, die die Dreieinigkeit oder Einheit von Körper, Geist und Seele symbolisiert. 3 Uhr morgens gilt auch als der ruhigste und dunkelste Punkt der Nacht, als Auftakt zur Morgendämmerung und symbolisiert Wiedergeburt und spirituelle Erleuchtung. Wenn Sie zu dieser Zeit häufig aufwachen, kann dies ein Zeichen erhöhter spiritueller Sensibilität und Synchronität mit dem Universum sein. Diese Zeit gilt als heilig, da man glaubt, dass der Schleier zwischen der irdischen Welt und dem Göttlichen dünner wird, was eine klarere Manifestation des Spirituellen ermöglicht. Dieser Moment bietet eine einzigartige Gelegenheit für Gebet, Meditation und tiefes Nachdenken und ist eine Zeit, in der die Seele am meisten offen für göttliche Führung und Weisheit ist. Darüber hinaus unterhält der Kosmos eine ständige Verbindung mit uns. Und Erwachen in dieser Zeit kann kosmische Botschaften von großer Bedeutung übermitteln. Träume und Intuitionen werden intensiver und aufschlussreicher. Nikola Tesla beispielsweise zeichnete sich durch seinen innovativen Ansatz und seine Fähigkeit aus, außergewöhnliche Ideen und Konzepte zu verbinden. Damit stellen wir eine symbolische Verbindung zwischen der Art und Weise her, wie Tesla sich auf revolutionäre Ideen einstellte und der Frage, wie das Aufwachen zu bestimmten Zeiten am Morgen einigen spirituellen Interpretationen zufolge eine günstige Zeit für spirituelle Verbindung und Offenbarung sein kann. Wir können eine interessante Analogie zwischen denen, die zu bestimmten Zeiten in der Nacht aufwachen, und Nikola Tesla ziehen, der im wissenschaftlichen Bereich dafür bekannt ist, auf ungewöhnliche Frequenzen eingestellt zu sein. Auf die gleiche Weise, wie Tesla einzelne Wellen erfasst und versteht, können Menschen, die in diesen Nachtstunden aufwachen, mit besonderen spirituellen oder energetischen Aspekten verbunden sein. In diesen Momenten kommt es zu einer Veränderung unserer Energie, die uns in Empfänger von Informationen verwandelt, die heruntergeladen und aktualisiert werden. In dieser Zeit fühlen wir uns verbundener und energiegeladener, selbst im Zustand der Körperentspannung. Dies liegt daran, dass unsere Energie nicht so sehr auf das Physische konzentriert ist, wodurch wir mehr Energie haben, um aufmerksam zu sein und Informationen zu empfangen. Dieser Energiezuwachs ermöglicht es uns, Informationen im gegenwärtigen Moment zu erfassen und zu verstehen und das Beste daraus zu machen. Es ist wichtig, auf wiederkehrende Gedanken oder Zeichen zu achten, die in diesen bestimmten Momenten auftauchen, da sie wertvolle Orientierungshilfen für unser Leben und unser spirituelles Wachstum sein können. Wenn wir lebhafte Träume mit Erzählungen von tiefer persönlicher Bedeutung erleben, empfiehlt es sich, beim Aufwachen Papier und Stift zur Hand zu haben, um alles aufzuschreiben. Im spirituellen Kontext leben wir in einer Welt, in der der Kampf zwischen Gut und Böse ständig ist, und dies hat erhebliche Auswirkungen auf die physische Ebene. Während des Schlafs geht dieser spirituelle Kampf weiter. Es kommt häufig vor, dass böswillige Handlungen nachts stattfinden, wenn die Dunkelheit versteckte Aktivitäten begünstigt. Eine Schlafunterbrechung kann ein strategisches, göttliches Zeichen sein, um negative Aktivitäten zu neutralisieren und unsere spirituelle Seite zu stärken. Während Christus um drei Uhr nachmittags starb, um uns zu retten, kann die Zeit um drei Uhr morgens als eine Zeit des spirituellen Bewusstseins und der Wachsamkeit angesehen werden. Im Gegensatz zu der Vorstellung, dass es eine Zeit der Verurteilung und Panik sei. Die Bibel warnt uns vor der Gefahr, im Schlaf Zwietracht zu sehen, und betont, dass der Feind im Schlaf Chaos verursacht. Gott wiederum weckt die Menschen nachts als Warnung vor unsichtbaren spirituellen Aktivitäten, mit dem Ziel, sie gegen böse Pläne zu stärken und zum Gebet aufzurufen. Diese Praxis dient als Gegenmittel, um diese Pläne zunichte zu machen und das spirituelle Gleichgewicht wiederherzustellen. Schlafstörungen sind kein Zufall, sondern eine göttliche Strategie, um die List des Feindes zu überwinden und Selbstzufriedenheit zu verhindern. Auch wenn es verlockend sein mag, wieder einzuschlafen, wenn wir mitten in der Nacht aufwachen, ist es wichtig, diese Momente ernst zu nehmen und auf jede Botschaft zu achten, die Gott uns sendet. Auch wenn es bequemer ist, im Bett zu bleiben, ist es von größter Bedeutung der göttlichen Führung zu folgen. Trotz Zweifeln, warum Gott die Nacht für die Kommunikation wählt, ist die Realität, dass er uns jederzeit inspirieren kann. Ablenkungen am Tag können uns davon abhalten, seine Stimme zu hören und geistliche Gefahren zu erkennen, aber in der Stille der Nacht kann Gott unsere Augen öffnen, um die Wahrheit klarer zu verstehen. Ein paar Augenblicke täglicher göttlicher Präsenz können Wunder für unseren Geist bewirken. Eine Person, die nachts betet, hat eine viel größere spirituelle Kraft als jemand, der tagsüber betet. Es ist bemerkenswert, dass Jesus ganze Nächte im Gebet verbrachte und die Kraft der Gebete in den frühen Morgenstunden erkannte. Durch die Widmung dieses Augenblicks an den Herrn entsteht eine göttliche Verbindung, in der Sorgen, Ängste, Träume und Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht werden können. Dies ist auch eine Zeit, sich auf die göttliche Stimme einzustimmen und ungenutzte Kraft und Frieden zu finden. Es ist wichtig, die Absicht des Herzens zu erkennen, immer den Schöpfer des Universums zu suchen, der immer wartet. Wenn Sie mitten in der Nacht wach sind, hat Gott Ihnen wahrscheinlich etwas Wichtiges zu sagen und hofft, dass Sie zuhören. In verschiedenen Kulturen gilt diese Anfangsphase als förderlich für die spirituelle Reinigung, da sie eine Zeit ist, in der negative Gedanken, Emotionen und Erfahrungen leichter losgelassen werden können. Indem wir früh aufstehen, können wir uns unserer inneren Blockaden bewusster werden und einen Prozess der Heilung und spirituellen Reinigung in Gang setzen. Gemäß der traditionellen chinesischen Medizin ist jedes Organ und System im Körper mit bestimmten zweistündigen Zeiträumen über die 24 Stunden des Tages verbunden. Plötzliches Aufwachen während einer dieser Phasen kann ein Zeichen dafür sein, dass dieser Körperteil Aufmerksamkeit benötigt oder irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Zwischen 3 und 5 Uhr morgens liegt der Fokus beispielsweise auf der Lunge und dem Lungenmeridian, die in der chinesischen Medizin nicht nur mit der Atmung, sondern auch mit dem Energieniveau, der Immunfunktion und dem emotionalen Wohlbefinden zusammenhängen. Eine verstopfte Lunge, Atembeschwerden oder Energiemangel können Anzeichen dafür sein, dass gesundheitliche Probleme wie Allergien, Asthma oder Müdigkeit angegangen werden müssen. Eine sitzende Lebensweise und übermäßige Müdigkeit können zu Atemstörungen führen. In diesen Fällen wird empfohlen, die Belüftung der Umgebung zu verbessern, damit die Luft die Atemwege weniger reizt, indem sie entweder die Fenster für eine Weile öffnen oder die Verwendung eines Luftbefeuchters in Betracht ziehen. Laut der traditionellen chinesischen Medizin weist das Erwachen zu bestimmten Zeiten auf die Notwendigkeit hin, körperliche, geistige oder emotionale Aspekte zu harmonisieren und uns auf den kosmischen Energiefluss auszurichten. Darüber hinaus wird angenommen, dass die Gottheit in dieser Zeit unsere Aufmerksamkeit fesseln, unsere Intuition öffnen und uns daran erinnern möchte, wie wichtig es ist, auf unseren Geist zu achten. Anstatt Widerstand zu leisten, kann uns die Akzeptanz dieses Erwachens zu mehr Wohlbefinden, Zielstrebigkeit und Ausgeglichenheit führen. Die Stunden vor Sonnenaufgang eignen sich besonders gut für spirituelle Übungen wie Meditation und bewusstes Atmen, Tagebuch führen und beten. Diese Praktiken ermöglichen es uns, Wünsche zu manifestieren und gemeinsam mit der göttlichen Essenz des Kosmos zu erschaffen. Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, teilen Sie ihn, liken Sie ihn, abonnieren Sie ihn und aktivieren Sie die Glocke für weitere Inhalte. Zum nächsten.